Hey Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin's, euer Maestro. Wir spielen heute wieder Shadow of War. Ich würde gerne noch ein, zwei Runden in der Kampfgrube absolvieren und dann machen wir uns an die Hauptmission. Vielleicht noch ein bisschen Belagerung. Wir schauen gleich mal. Gut, legen wir los. Die Kampfgrube, Maden. Entsende deinen Gefolgsmann in die Kampfgrube. Gebt uns wieder einen Fähigkeitspunkt. So, wen haben wir denn noch ein kleines da? Wir hatten eine 20er, 20, 20, 18, 18, da, 16, nehmen wir den. So, machen, fertig. Schön gekontert. Ja, sieht gut aus. Die Schildträger sind auch sehr gut. Oh, mach mich nicht schwach. Ja, wunderbar. In den Bauch. Und durch den Kopf. So, haben wir den auch auf 20. Wunderbar. Ausrüstung erhalten. Müssen wir uns die jetzt noch looten? Oder? Nein, da vorne liegt nichts. Also ist das Ganze eigentlich im Inventar, ja? Schauen wir doch mal rein. 19. Oh. Plus 3 Schaden. Töte einen brennenden Feind. Aber das Problem ist dann wieder, dann haben wir hier wieder kein, ähm... Kein, ähm... Ja, sagt mal schnell. Diesen Lifestyle haben wir dann nicht mehr. Haben wir aber bei dem auch nicht. Das hatten wir, glaube ich, nur bei dem hier, ne? Genau. Stellt bei einem kritischen Treffer 24 Gesundheit wieder her. Das haben wir hier auch nicht. Gut. Ja, dann nehmen wir den rein. Mehr Schaden ist immer gut. Zumindest zum Anfang. Den haben wir angelegt. Ah, plus 11 Schaden. Den tun wir direkt mal rein. Der andere war ja nichts. So, Bogen. Wir haben den 16er. Hier haben wir einen 19er. Bringt uns nicht so viel. Dann rüstungsmäßig. Was haben wir hier Schönes? Ah, tut sich auch nicht sehr viel. So. Okay. Ringmäßig. Dürfte auch nichts dabei sein. Halt! Halt! Den können wir verbessern sich gerade. Das machen wir direkt. So. So, verbündete Uruks verursachen 50% mehr Schaden. Schick. Der Fokus ist ein bisschen erhöht. Die Kapuze können wir auch schon verbessern. 15% mehr Schaden von verbündeten Bestien. Das können wir noch nicht verbessern. Setze einen Feind in Flammen. Gut. Dann sind wir soweit durch hier in der Rüstungsabteilung. Und jetzt suchen wir uns erst einmal einen schönen Auftrag. Raus. Was haben wir hier? Leitet eine Ghouljagd. Leitet eine Graugjagd. Leitet eine Karagorjagd. So. Wir müssen aber jetzt an der EP kommen. Denn wenn unsere Leute hier dementsprechend leveln, haben wir das Problem, wenn die auf 22 kommen, dass sie uns herausfordern wollen. Dann wollen die uns an den Kragen. Und das möchte ich gerne nicht. So. Natürlich würde ich sagen, schauen wir uns einfach mal das zweite Gebiet an, was freigeschaltet wurde. Das war einmal hier oben. Und einmal hier an der Seite. Was haben wir denn da? Targorod erhebt sich aus seiner Grube in Gorgorod. Er darf die Oberfläche nicht erreichen. Gibt uns 10.900 EP. Tja. Die holen wir uns doch, würde ich sagen. 10.000 EP ist eine verdammte Menge. Schießaufhängende Köder, Fliegennesser und Grogfässer, um große Gruppen von Feinden zu verwirren oder auszulöschen. Oh. Ein schönes Gebiet. Ja, auf so einer Location stehe ich, ja. Das ist immer so meins. Dann schauen wir uns mal die Karte eben an. So. Das sind alles so kleinere Karten. Aber wirklich sehr nett gemacht mit ihren eigenen Flair halt, ne. Erobere. Gut. Erobern können wir noch nicht so weit. Oder möchte ich eigentlich noch gar nicht. Hier ist die Hauptquist. So. Ähm. Ja. Kommt. Wir machen die Hauptquest direkt. Der Balrog erhebt sich. Und wir müssen ihn in die Tiefen zurückschicken. 1.000 Meter. 1.000 Meter. Ich freue mich schon auf den Drachen. Habe ich das schon gesagt? Da braucht man nämlich auch nicht mehr reiten, sondern können dann nämlich über die Gebiete fliegen. Dann schauen wir mal, wie er aus der Grube kommt. Oh. Ein sehr schönes Bild. Targorod erhebt sich aus seiner Grube in Gorgorod. Er darf die Oberfläche nicht erreichen. Belohnung. 10.944 EP. Und 960. Antwerbung. Sehr schön. Erhebe dich. 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 Targorod. Entsteige den Schatten. Erhebe dich und schließ dich uns an. Erhebe dich in die Armee des Schattens. Komm zu uns. Erhebe dich. Erhebe dich. Erhebe dich. Was erwecken sie? Sie beschwören den Tod. Und den Tod für uns alle. Oh je. Wir siegen 10 Akolyten. Von diesem Sing-Sang kriege ich Schädelbrommel. So. So. Den holen wir uns direkt. So. Dann holen wir uns mal die Akolyten. Ich reite so gern. Ich reite so gern. Du hast die Welt mit deinem Ring-Trick ganz schön aufgemischt. Daraufhin war es ein leichtes Targorod hervorzulocken. Jetzt steigt er auch schon empor. Und komm dich holen. Der sieht schon irgendwie cool aus, oder? Ja, dann hab ich ohne Gold. Ich wollt grad sagen, dann steig ich wieder auf. Aber dann ist gar nicht so leicht. Oh, der will nicht echt wissen. So, wir holen mal ein bisschen Verstärkung ran. So, wir holen mal ein bisschen. Sei nicht traurig. Das ist nicht das Ende. Ich werde alle toten Mordors auferwecken. Sehr schönes Bild. All die Leben, die du nahmst. Und wenn sie erwachen, wen glaubst du, werden sie aufsuchen? Oh ja. Wir sehen uns wieder. Und jetzt Dunkelheit verflungen. Ah, der Sack. Komm, geh runter da. Hopp. So, wir brauchen noch vier Akolyten. Die sind hier drüben. So, da drüben müsste nur einer sein. Das soll ein bisschen Leben auffüllen. Ach, da oben. Oh, warte ab, wenn ich da hochkomme, nur. So, da drüben ist nur einer. Wer ist er denn hier? Mahlzeit. So, da drüben sind noch zwei. Das sind genau die, die wir brauchen. Na, da wollte ich gar nicht hin. Na gut, dann gehen wir hier wieder hoch. Wo war er? Da oben, ne? Genau. Wunderbar. Springen in die Grube. Oh. Ein großer Kampf. Oder was erwartet uns hier? Niemand zähmt einen Balrog. Halleluja. Dieser Feind ist zu stark, Helle Brimbo. Nicht, wenn der Geist von Karnen mit uns ist. Erweckt von Todesringen, sängende Flammen. Von euch erweckt. Von euch erweckt. Okay, das wird lustig. Ja, ist ja ein geiles Bild, ne? Na, da komm mal her. Oh, da muss ich raus. Ich muss ja eigentlich überall raus. Einfach mal ein bisschen bewegen, ja? Genau, hau ihn weg. Ei, ei, ei. Ausweichen. Da war so ein Verzweiflungsschuss. Da, da leuchtet er. Mal versuchen, irgendwie da hinter seinen Rücken zu kommen. Da ist er wieder am Leuchten. Oh, sehr gut. Den dürfen wir jetzt steuern. Haha. Wie geil ist das denn? Sehr schön gemacht mit den Flammen. Das sieht wirklich sehr gut aus. Wo ist er denn da oben? Naja. Er ist ein bisschen schwerfällig beim Steuern. Da komm schon weiter hoch. Nicht stehen bleiben. Na gut, da komm her. Und den auch nochmal. Und mit dem Stock auch nochmal. Oh, haben die auch verpasst. Space. So, haben wir. Oh, Bäm. Und das auch nochmal. Und. Ah. Uff. Ah, Kampf der Titan hier. Zack. Zack. Nimm das. Das wird nichts mehr aufs Kinderplanung. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Zack. Und. Zack. Und dann auch nochmal. Ja. 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 Ich komme. Hopp. Hinterher. Hat wirklich sehr gut gemacht. Also, gefällt mir wirklich gut. Nein. 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 Weder Ruhe für dich noch für uns, Untote. Ei, 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 ei. Ich dachte, das könnte vielleicht zum Beispiel fliegen. Sie ist wahrlich eine Naturgewalt. Der Geist von Karnen hat die Zerstörung und Wiedergeburt von Mittelerde viele Male erlebt. Sie war schon lange vor uns hier und sie wird noch lange nach unserem Untergang fortbestehen. 10.000 EP. Wunderbar. Da sind wir so mit 22. Wenn wir Targorod nicht aufhalten, wird er weit jenseits von Mordor wandern nach Rohan und Gondor. Das darf nicht geschehen. Gut, dann gehen wir noch eben die Fähigkeitspunkte aus. Was haben wir denn noch Schönes? Unnachgiebig. Erhalte eine zusätzliche letzte Chance. Kann nicht verkehrt sein an manchen Stellen. Vergeltung zehrt deinen Angreifer auf. Zehrt deinen Angreifer auf. Also gehen theoretisch gesehen auch die Hauptmänner und dass das hier mit verankert. Aber bevor wir das Ganze machen und zwar nehme ich das hier. Halte E-Gedrückt, um einen gebrochenen Drachen zu beherrschen und ihn auch um auf ihn zu reiten. Und um auf ihn zu reiten. Mein Gott. Ich hab's aber heute auch wieder. Na gut, nehmen wir das hier. Alter, eine zusätzliche letzte Chance. Kann nicht verkehrt sein. Was haben wir hier noch? Ziel auf einen Grogfass und drücke G, um es von Weitem zu vergiften. Was haben wir denn im Fernkampf überhaupt noch? Hier können wir doch bestimmt auch noch ein bisschen was verbessern, oder? Ja, sowas zum Beispiel hier. Aber diese Explosion ist auch nicht schlecht. Die nehme ich jetzt auch erstmal mit rein. Dann haben wir nämlich schon mal so ein bisschen die Fähigkeiten. Ja, Freunde. Aber leider war es das auch schon wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja? Schaltet gerne das nächste Mal wieder ein, wenn ihr Lust habt. Hinterlasst gerne ein Daubchen nach oben. Einen Kommentar. Und ja, wir sehen uns.